Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, herzlichen Dank für das wirklich wieder sehr, sehr zahlreiche Erscheinen bei den Praxistagen 2013. Ich muss auf diesem Weg gleich bei der Einleitung meinen Doktor Jerig noch einmal danken für diese wirklich tolle Veranstaltung. Ich muss sagen, jedes Jahr wird das Publikum hier dichter gedrängt in den Sälen und die Vorträge werden auch immer interessanter und ich hoffe, wie gesagt, ich kann sie auch von meiner Seite mit meinem Vortrag bzw. mit Herrn Ingenieur Ledinger dann auch ein bisschen wieder zurückbringen an die Services. Ist zwar schon ein altes Thema, wir bringen das schon in den letzten Jahren immer wieder vor, als PMI, als Soroban mit den verschiedensten Partnern, aber wollen quasi heuer noch einmal stärker auf dieses Thema eingeben. Den Hintergrund dafür werde ich ein bisschen später dann noch bringen. Warum? Ich werde, wie gesagt, kurz noch einmal die Soroban vorstellen. Wie gesagt, gegründet 2006. Wir entstammen noch aus der guten alten Assoziatimär von unserer Seite, aus dem zentralen Melderegister, haben begonnen 2000 das umzusetzen und machen mit verschiedenen Kooperationen im Behördenbereich, aber auch inzwischen auch schon mit Wirtschaftspartnern die verschiedensten Service- und Government-Projekte. Derzeit aktuell ca. 25 Mitarbeiter und wir decken das klassische Portfolio eines IT-Unternehmens ab. Wie gesagt, doch im letzten Jahr mehr in Richtung Eigenentwicklungen, Serviceentwicklungen. Doch zurück zum Thema. Welchen Stellenwert haben Registerdienste, welchen Nutzen liefern sie österreichischen Unternehmen? Wir haben da eine grobe Zahl. 80% der Unternehmen nutzen bereits die Government-Services. Und ich sage noch hinten dran, aber wie? Wir haben haufenweise Services draußen am Markt, die die Leute auch abfragen. Mit oder ohne Bürokarte oder auf die klassische Art und Weise leider immer noch, man steigt bei HelpGV ein, lädt sich ein PDF-Dokument auf den Rechner runter, füllt es aus und schickt es dann per Mail bzw. auch immer noch bei Briefform an die jeweilige Behörde. Nur, das kann doch nicht wirklich alles sein. Gerade in einem Land wie Österreich, wo sehr, sehr viele Unternehmen, Klein- und Kleinstunternehmen sind, werden quasi diese Dienste viel, viel zu wenig genutzt, vor allem elektronisch genutzt. Und ich habe hier eine etwas provokante Folie, und zwar die aktuelle Nutzungssituation zwischen E-Government und der Wirtschaft. Sie müssen sich vorstellen, die E-Government-Services sind wir als große Tür, die sich mit irgendeinem Schlüssel öffnet lässt. Nur, wir haben den Eindruck, die Unternehmen und die Wirtschaft selbst nutzt nicht den Schlüssel dazu, sondern schaut einfach durch das Schlüsselloch durch. Es werden noch zu wenig Services direkt bei den Unternehmen eingebunden und zu wenig in die Abläufe eingebunden. Wie gesagt, eine Zahl von dem Bundeskanzleramt selbst, wir haben derzeit circa, ich nehme jetzt mal eine letzte Zahl, wir haben ungefähr 200.000 Bürgerkarten draußen ausgestellt. Und die Unternehmer schauen wirklich durch dieses Schlüsselloch durch. Es wird noch viel zu wenig gemacht in der Sache und wir könnten hier noch viel, viel mehr digital umsetzen und in bestehende Konzepte einbinden. Wir wünschen uns zwar von der Behörde, von den Ministerien, zwar schlankere Prozesse, schnellere Prozesse und behindern sie zum Teil selbst, indem wir immer noch Briefe, Mails, Papieranträge hinschicken, weil wir einfach zu wenig diese bestehenden Services nutzen. Und ich finde, hier ist noch sehr, sehr großer Nachholbedarf. Man als Beispiel, selbst jetzt in der Situation quasi eine Förderung einzureichen über ein Institut, das quasi für internationale Entwicklungshilfenförderungen vergibt. Und sie müssen da zwar Firmenregisteranträge abgeben, möglicherweise auch einen Gewerberegisterantrag abgeben, aber elektronisch geprüft ist das bis heute nicht geworden. Wir tauchen immer wieder Zahlen auf, wo Antragsteller Anträge abgeben und falsche Geburtsdatum eintragen oder falsche Namen eintragen, um mehrmals quasi wirklich an Förderungen heranzukommen, weil einfach die bestehenden Mediensysteme, die bestehenden Register einfach nicht verwendet werden. Und gerade hier wollen wir Ansätze. Sie werden draußen vielleicht unseren Stand schon gesehen haben, wir sind die mit dem großen Windrad. Das heißt nicht, dass wir jetzt in Windenergie investieren, möglicherweise doch ein bisschen, aber wir wollen ein bisschen am frischen Wind die Sachen einbringen. Wir haben doch in den letzten Jahren sehr, sehr viel E-Government Know-how gesammelt und wollen das jetzt an die Wirtschaft weitergeben. Nämlich dahingehend weitergeben, sie zu Unterstützer mit technischen Vorgaben, technischen Möglichkeiten, aber auch quasi die Gesetzeslage ein bisschen zu betrachten, was können und was dürfen sie als Unternehmer eigentlich alles. Dahingehend haben wir uns, wie gesagt, auf unsere Fahnen geheftet, unser neues Business Service Portal, wo wir gerade im Produktionsgang sind und zwar mit einem großen Telekommunikationsanbinder hier in Österreich, dem wir es geschafft haben, von der Antragstellung weg jetzt bis zur Einbindung in seine Fremdapplikation, die auch ein anderer Dienstleister quasi zur Verfügung stellt, direkt an Government Services anzubinden. Und zwar haben wir das geschafft, über eine neue Technologie, über eine neue Methode, dass wir quasi den Zugang zu den Registern, die heutzutage alle über das Standardportal, über den Portalverbund erfolgen, quasi etwas zu trennen. Das heißt, die Anfragen von der Wirtschaft werden über eine Drehscheibe bei uns bearbeitet und dann korrekt unter Einhaltung aller rechtlichen Bedingungen an die Register weitergegeben und auch wieder zurück. Hierzu haben wir nämlich die Möglichkeiten, viel, viel mehr technische Möglichkeiten und der Wirtschaftspartner selbst bekommt gar nicht mit, wo jetzt diese Information herkommt, er bekommt immer die neuesten Informationen und ist immer am neuesten Stand eingebunden. Und das sollte Ziel sein für uns alle. Es kann einfach nicht sein, wie gesagt, Papieranträge quer durch die ganze Weltgeschichte zu schicken, beziehungsweise mit schlechten Informationen zu arbeiten. Und dieses Thema wird in nächster Zeit noch viel, viel mehr werden. Wenn ich höre, 2014 sollen quasi alle Kommunikationen, wenn sie Verrechnungsstellungen in Richtung Ministerien und Behörden machen, müssen diese signiert werden und die wenigsten wissen bis heute eigentlich, wie das funktioniert. Und das wird dann sicher eine große Herausforderung werden für uns. Wie gesagt, ich wollte nur einen kurzen Überblick über unsere Produkte, unsere Applikationen geben und will gleich direkt an den Herrn Ingenieur Ledinger weitergeben, weil der hat einen viel, viel besseren Überblick, was momentan servicemäßig funktioniert, was es gibt. Und wir sind auch selbst schon sehr interessiert. Falls Sie noch weitere Fragen zu unserem Serviceportal haben, einfach zu unserem Stand. Danke vielmals. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Und ich möchte dort ansetzen, wo der Herr Weißinger Schluss gemacht hat, Ihnen ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was tut sich in der Verwaltung und wo sind unsere Ideen, wo sind unsere Schwerpunkte 2013, um Ihnen dann auch das Feedback zu geben, wo können Sie ansetzen und was sind Dinge, die Sie vielleicht nicht nur als Anwender jetzt in der Kommunikation Unternehmer, Bürger, Staat, sondern auch Bürger zu Bürger bzw. Unternehmer zu Unternehmer nutzen können. Die Themen in der digitalen Welt sind natürlich sehr umfangreich und Sie kennen das von meinen Folien. Ich starte doch immer sehr gerne damit, dass wir eine Unzahl an Themenfelder haben, die wir heute in der digitalen Welt beackern müssen. Wir haben vorhin Smartphones gehört, da ist Cyber Security, da ist Cloud Computing, da sind Shared Services und so weiter. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht und unser Backoffice ist relativ kompliziert, aber es arbeitet sehr intensiv. So müssen Sie sich vorstellen, geht es bei uns im Backoffice zu und so sind die Zusammenhänge in der digitalen Welt auch. Das heißt, ein sehr, sehr komplexer Ablauf. Wenn Sie heute die Schraube an der rechten Seite drehen, dann wissen Sie oftmals nicht, was auf der linken Seite herauskommt. Das heißt, die digitale Welt ist nicht mehr so klar strukturiert, wie das einmal der Fall war und wir müssen uns da immer wieder Gedanken machen, wie was abzubilden ist und wie in dieser Komplexität die Dinge dann auch wirklich sicher funktionieren. Was ist nun unsere Vision? Wo wollen wir hin mit den digitalen Services in der Verwaltung? Für uns ist, ich habe Ihnen hier das mitgenommen, für uns ist ganz wichtig, dass wir das kooperativ machen. Kooperativ, Bund, Länder, Städte, Gemeinden, weil das sind unsere Partner. Sie als Anwender soll das nicht stangieren, wo die Zuständigkeit liegt, sondern Sie haben ein Bedürfnis, Sie haben eine Unternehmenssituation, Sie haben eine Bürgersituation und dies abzudecken. Daher haben wir uns auch gemeinsam auf Grundprinzipien und eine Vision geeinigt. Das, was heute schon gefallen ist, wir wollen eigentlich einen Zugang für Sie bieten, ein One-Stop-Prinzip abbilden, um ganz einfach zu den Services zu kommen, egal wer zuständig dafür ist. Das lösen wir im Normalfall mit Portalen, dass Sie über ein Portal zu uns gelangen, sei es jetzt über die kommunale Ebene oder sei es über die Bundesebene und dort bekommen Sie dann Lebenslagen oder Unternehmenslagen orientiert Ihr Service angeboten, Ihr Verfahren. In Wirklichkeit streben wir unter dem One-Stop steht eigentlich No-Stop, weil das streben wir eigentlich an, weil auch wenn Sie kein Verfahren bei uns benötigen, heißt das für uns Aufwandsreduktion, heißt geringere Kosten, geringerer Aufwand. Und wie wollen wir das machen? Indem wir ganz einfach die Register, die existieren, nutzen. Wir wissen sehr, sehr viel über Sie persönlich. Nicht im Sinne des gläsernen Bürgers, aber wir wissen bei der Passbehörde, wann Ihr Pass abläuft. Damit könnten wir Ihnen eigentlich einen neuen Pass anbieten und wenn Sie den annehmen, dann bestätigen Sie uns nur, dass Sie sagen, ja, ich möchte einen neuen Pass. Wir schicken Ihnen einen Terminvorschlag, Sie machen elektronisch einen Termin aus und holen sich den neuen Pass ab. Alles Dinge, wo wir glauben, dass wir sehr wohl im No-Stop ein Potenzial haben, wenn Sie auch hernehmen, zum Beispiel ganz triviale Dinge, wenn eine Geburt eines Kindes, die wird gemeldet an die Personenstandsbehörde. Es gibt, glaube ich, also, wenn man das einmal ausheben lassen, kaum Menschen, die Familienbeihilfe nicht in Anspruch nehmen. Es wäre viel, viel billiger Ihnen die gleich auszuzahlen. Wir wissen im Spital, wer die Mutter ist. Wenn wir das Personenstandsregister heuer in Betrieb nehmen, wissen wir auch, wer der Vater ist. Das heißt, wir kennen die Zusammenhänge. Warum sollen wir nicht gleich als Behörde entsprechend positiv darauf reagieren? Einen weiteren Schwerpunkt haben wir uns gesetzt in der Kommunikation mit der Wirtschaft. Das heißt, wir wollen hier ganz, ganz stark mit der Wirtschaft mehr kommunizieren. Wir wollen das Thema E-Procurement anlaufen lassen. Die digitale Agenda der vergangenen Jahre spricht ja von einer Forcierung der digitalen Dienste im Beschaffungswesen. Da sehen wir riesen Potenzial. Da glauben wir auch, dass für Sie in der Wirtschaft ein Potenzial ist und wir werden das auch entsprechend forcieren. Teilweise, wie Sie schon gehört haben, auch durch Maßnahmen wie elektronische Rechnung. Weitere Schwerpunkte sind ganz einfach im Bereich der Transparenz. Wir glauben, dass die Verwaltung transparente Services bereitstellen müssen. Sie kennen die Initiative Open Government, Open Data. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil nur durch diese Transparenz wir Ihnen auch Vertrauen und Sicherheit in den Service sicherstellen können. Wenn Sie die Abläufe kennen, wenn Sie wissen, was wird an Daten verspeichert, wie können Sie zugehen, haben Sie auch die entsprechenden Möglichkeiten. Letzter Punkt, den ich hervorheben möchte, ist das Thema Mobilität und Zugangskanäle. Da haben wir uns auch geeinigt, dass wir so weit als möglich moderne Technologien einsetzen wollen und die Ihnen anbieten wollen. Wenn Sie heute die meisten Portale und Homepages der Verwaltung sind auch über mobile Devices erreichbar, schalten entsprechend um. Wir haben auch einige Apps bereits draußen. Die Verwaltungen sind da bemüht, entsprechend auch nachzuziehen. Wenn ich nur jetzt unser Rechtsinformationssystem hernehme, da hätte ich nie gedacht, dass man Apps dafür zur Anwendung bringt. Wir haben heute vier Apps draußen. Wir haben für Help, haben wir einen Amtsführers-App draußen. Wir haben jetzt vor kurz eine Kultur-App hinausgebracht. Das heißt, da tut sich einiges, um diese Mobilität zu unterstützen und wir in der Verwaltung wollen da auch entsprechendes nachreichen. Was sind nun die konkreten Schwerpunkte runtergebrochen jetzt von der Vision, wo wir hinwollen, was sind so laufende Projekte und ich habe Ihnen einige mitgebracht. Ein Thema ist das Thema Unternehmens-Service-Portal in der zweiten Phase. Da komme ich später noch genauer darauf zu sprechen, was das an Services bieten wird. Weiterer Punkt, den wir uns gesetzt haben in der Bundesverwaltung, ist die Konsolidierung. Wir müssen für die nächsten fünf Jahre 250 Millionen Euro im IT-Bereich einsparen. Das ist eine Menge Geld, das schmerzt uns sehr, tut uns wirklich sehr weh. Das heißt, da müssen wir schauen, wie wir hier optimaler die EDV gestalten. Ein Punkt, der sich aber im Rahmen der Konsolidierung betrifft, ist, dass ab 01.01.2014 der Bund nur mehr elektronische Rechnungen annimmt. Das heißt, wir brauchen von Ihnen elektronische Rechnungen, beziehungsweise Sie können uns nur mehr elektronische Rechnungen legen. Ein wesentlicher Punkt, die Projekte sind aufgesetzt, Sie können ab Jänner diesen Jahres, können Sie das auch bereits probeweise tun, ohne diese Verpflichtung zu haben und können einmal diese Abläufe testen, wie das funktioniert. Das hat zwei Aspekte für uns. Den einen Aspekt natürlich Konsolidierung, dass wir die Prozesse optimieren, schneller den Ablauf durchbringen bei uns intern, aber hat den anderen Aspekt, um ganz einfach Impulse zu geben, für die Wirtschaft im B2B auch elektronische Rechnungen zu nutzen. Weil wenn Sie uns eine elektronische Rechnung schicken, spricht einmal nichts dagegen, auch Ihren Geschäftspartner eine elektronische Rechnung auszustellen, weil Sie ja dann die Infrastruktur haben. Das heißt, das ist ein Schwerpunkt, nicht nur nach Ihnen gerichtet, sondern auch für die Wirtschaft von B2B. Ein weiterer Punkt, der uns ständig beschäftigt, ist das Thema Cybersecurity. Wir haben erst vor 14 Tagen von der Bundesregierung verabschieden lassen, die Sicherheitsstrategie für den Cyberraum. Das heißt, da haben wir eine Strategie, da sind wir jetzt dabei, das umzusetzen, werden auch gemeinsam die Länder einbinden, um hier ganz einfach diese kriminellen, teilweise sozusagen wirklich fatalen Probleme im Cyberspace entgegenzutreten. Wir haben da schon Infrastrukturen, haben schon Erfahrung lange und bringen das in eine Struktur. Hervorheben möchte ich auch noch die Handysignatur, das ist heute schon gefallen. Die Bürgerkarte ist ein Mittel für die Identifikation, auf das komme ich noch zu sprechen. Wir wollen das gemeinsam vorantreiben. Wir haben aktuell im vergangenen Monat wurde die Handysignatur, weil ich zahle die SMS leider aus meinem Budget, haben wir 140.000 Mal wurde die Handysignatur genutzt. Das heißt, das ist nicht mehr ein Architeenthema, die Handysignatur. Wir haben heute an die 150.000 Freischaltungen der Handysignatur, haben noch einmal ungefähr 100.000 bis 150.000 Karten draußen. Das heißt, wir sind in einer Bandbreite, wo die Bürgerkarte und die Identifikation schon schön langsam greift. Und mit der Handysignatur haben wir doch eine Usability, die so ist, dass Sie sie vom Bank, vom Netbanking auch kennen. Weitere Punkte, wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft schauen, haben uns entschlossen, hier auch das Thema zukünftiges Arbeiten in der Verwaltung in Form eines White Papers oder einer Konzeption auszuarbeiten. Für uns ist ganz einfach wichtig, wie entwickelt sich das Umfeld. Wir haben diese Themen-Map, haben Sie gesehen. Und künftig gehen wir mal davon aus, dass wir keine Mails mehr bekommen, intern auch nicht mehr mit Mails kommunizieren. Das heißt, wie gehen wir mit dieser Entwicklung um? Meine Kinder sind beide schon weit über 20 Jahre, aber die lesen meine Mails eigentlich nicht. Wenn es gut geht, lesen sie ein WhatsApp und ich kann sie in Facebook und Twitter erreichen, aber nicht mehr über die herkömmlichen Wege, die wir gewohnt sind. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir innerhalb der Verwaltung arbeiten und wie wir unsere Kommunikationswege gestalten. Weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Partizipation und Bürgerdialog. Das ist ein großes Thema. Wir wollen, wie Sie vorher in der Vision gesehen haben, mehr Transparenz, mehr Beteiligung. Dazu müssen wir auch evaluieren, wie diese Dinge aussehen. Sie kennen auch aus den Medien das Demokratiepaket. Das ist umzusetzen. Wie können wir da elektronische Services anbieten? Weil nur mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten haben wir die Chance, das auch entsprechend transparent und gut darzustellen. Open Government Data fällt ein bisschen in diese Ecke. Da haben wir eine sehr gute Basis, insbesondere auch durch die Prioritätssetzung auf der kommunalen Ebene. Wien ist da hervorzuheben. Die haben sehr, sehr früh begonnen, das politisch auch zu verankern. Da haben wir eine Kooperation aufgebaut gemeinsam. Sind auch dabei im Dachli-Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich und Lichtenstein, das entsprechend zu harmonisieren und die Metadaten abzustimmen, um auf der europäischen Ebene homogen vorzugehen. Wir sehen da ein großes wirtschaftliches Potenzial auch. Aber auch das Thema, dass wir ganz einfach durch diese Transparenz auch Innenwirkung haben, weil viele Datenbestände von anderen Behörden, von Behörden genutzt werden können und damit auch ein interner Effekt ist. Cloud-Thema und Mobilität ist selbstverständlich auch dabei. Ich möchte jetzt auf ein paar spezielle Themen eingehen, wo Sie vielleicht den einen oder anderen Ansatzpunkt finden, der für Sie von Interesse ist. Das Thema Unternehmens-Serviceportal. Wir haben dieses Portal vor mehr als drei Jahren begonnen aufzubauen auf den Erfahrungen von Help für Unternehmer, sind nun in der Phase, dass wir personalisierte Zugänge haben und wollen nun hier stärker auf die Bedürfnisse der Unternehmer eingehen in der personalifizierten Version. Das heißt, noch stärkere Etablierung als Dienstleister für andere Behörden, wo man Verfahren gemeinsam abwickelt, wo man durchgängige Meldeprozesse zu Behörde, vom Unternehmer zu Behörde abwickelt. Das haben wir aufgesetzt. Dazu gibt es auch einen sozusagen einen Masterplan über die nächsten Jahre, den wir abarbeiten. Der ist nur für Sie dann zum Nachlesen als Interesse hier in den Folien, wo wir diese Dinge versuchen zu positionieren. Ziel ist es, dass wir am Ende des Tages viele, viele Verfahren, die sehr oft benötigt werden, integriert haben, dass wir dieses One-Stop oder wenn geht sogar dieses No-Stop-Verfahren hier implementiert haben. Hier haben Sie die Fachkonzepte. Wir beginnen hauptsächlich bei den Themen Gründung, Förderung und Ausschreibung, dann Stammdatenverwaltung und Jahresendmeldungen. Das sind die Funktionsgruppen, die wir gerade analysieren und durchleuchten, wo wir die Prozesse anschauen und versuchen gemeinsam mit den zuständigen Behörden dann die entsprechenden Bündelungen durchzuführen. Eine so eine Kooperation hat sich schon ergeben beim Gewerberegister. Das wird ja neu aufgesetzt. Mit dem Gewerberegister, das die Stadt Wien umsetzen wird, wird es eine Kooperation geben, wo über das Unternehmens-Service-Portal dann auch diese Prozesse entsprechend adressiert werden können. Ein weiterer Punkt ist, dass wir, was schon angesprochen worden ist, im USP ja ein Backoffice brauchen, ein sogenanntes Unternehmensregister. In dem Unternehmensregister haben wir über die letzten Jahre alle organisatorischen Entitäten aufgenommen. Wir haben dort über 1,2 Millionen, wenn Sie so wollen, Unternehmungen oder wirtschaftliche Organisationen drinnen, also Einzelunternehmen und Organisationen. Besteht im Wesentlichen aus dem Firmenbuch, Vereinsregister und sonstiger Organisationen. Das wurde aufgebaut. Wir sind dabei, den Registerkern daraus herauszukristallisieren. Das Ergänzungsregister ergänzt der Firmenbuch- und Vereinsregister und wir haben damit für jede Organisation auch eine entsprechende Entität und Identität. Im Unternehmensregister sind auch die Vertretungen drinnen. Das heißt, wenn Sie heute eine Bürgerkarte haben und Vertreter eines Unternehmens sind und Alleinvertretungsbefugt, dann können Sie in das USP ohne zusätzliche Registrierung einsteigen. Sie müssen sich dort nur einmal hinterlegen, das Profil anlegen. Sie können eine DVR-Meldung machen, ohne dass Sie Ihre Vertretung angeben müssen. Und das ist die Basis, das ist der Kern, in dem alles stattfindet. Dort sind auch die entsprechenden Identitäten anderer Fachverfahren, ist das die UID, ist das die Steuernummer und andere Dinge, Sozialversicherung hinterlegt, sodass wir wirklich eine runde Sache rund um den Unternehmer haben. Der Registerkern soll dann jede Möglichkeit sein, dass wir zu anderen Fachregistern einen entsprechenden Austausch machen können und die Stammdaten, wenn Sie so wollen, den Registerkern, das sind die Stammdaten, von dort beziehen, sodass Adresseänderungen nur an einer Stelle stattfinden und dann in den einzelnen Fachregistern genutzt werden. Das ist immer die falsche Taste. Wenn Sie das jetzt vom Kern so noch einmal visualisiert sehen, dann haben wir einen Unternehmensregisterkern mit den Stammdaten und zum Beispiel Gewerberegister, Firmenbuch und die diversen anderen Fachregister bedienen sich dieser Stammdaten bzw. aktualisieren diese Stammdaten. Selbiges ist für natürliche Personen mit dem Personenstandsregister, wo wir mehr oder weniger auch einen Personenstamm aus Zetemeer und Personenstandsregister dann herauskristallisieren und der sollte dann auch die anderen Register entsprechend bedienen. Damit haben wir im Backoffice eine Optimierung erreicht und können damit Ihre Stammdaten viel besser verwalten. Diese Stammdaten brauchen aber Identitäten. So wie das in der digitalen Welt ist, braucht man eine ID, um überhaupt in dieser Welt zu existieren. Und ich habe Ihnen hier das Schaubild gemacht, wie hier diese Identitäten vergeben werden. Bei den juristischen Personen ist es etwas komplizierter, weil wir haben im Wesentlichen in der mittleren Ebene Firmenbuch, Vereinsregister und Ergänzungsregister als die Stammregister, die eine Identität vergeben. Und Sie kennen das vom Firmenbuch, ist das die Firmenbuchnummer, die Stammzahl, im Vereinsregister die Vereinsnummer und im Ergänzungsregister, wo jetzt an die 800.000 bis 900.000 Einträge vorhanden sind, ist das die Ordnungszahl, das ist die Global Location Number. Diese Nummer ist vergeben worden mit März. Das heißt, es hat jeder Unternehmer heute eine eindeutige Stammzahl und eine Nummer. Ich würde einmal sagen, 99 Prozent wissen vom Ergänzungsregister noch nichts und wissen auch nicht, dass sie dort eine Global Location Number bekommen haben. Die kostet Ihnen auch nichts, die können Sie verwenden, auch für den B2B-Bereich. Ich zeige Ihnen dann noch den Link, wo Sie das finden und wo Sie selbst nachschauen können über das Internet, wie Ihre Nummer aussieht. Auf der anderen Seite haben wir die natürlichen Personen, da haben wir Stammzahlenregister und Ergänzungsregister und Sie kennen das leidige Thema der bereichsspezifischen Personenkennungen, weil wir einen sektoralen Datenschutz haben. Das sind die sogenannten PPKs, auf die möchte ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Was ich noch kurz anreißen möchte, ist das Thema Identität im Netz. Und ich habe einmal so analysiert, wenn Sie heute das Thema, wenn Sie mich suchen im Netz, dann finden Sie mich mehrmals. Und da stellt sich schon die Frage, wer bin ich? Auf der einen Seite bin ich im PK scheine ich auf, im Xing, in Twitter, YouTube, Facebook, einen Gmail-Account, gibt es einen Hotmail-Account, gibt es Mail-Account und einen von der A1. Und überall steht Roland Ledinger. Das heißt, wir haben hier eine Unmenge an Identitäten, wo man sagt, ist das dasselbe oder ist es nicht? Jetzt sage ich, Ledinger ist irgendwie kein sehr geläufiger Name. Das wird schon der eine sein, weil Roland gibt es auch nicht so viele. Wenn man sich dann die Bilder anschaut, ist es ähnlich. Also da gibt es dann den Professor Bosch, wo auch Roland Ledinger drunter steht oder einen Kollegen von mir, den Harald Müller und andere Bilder. Aber im Wesentlichen kann man sagen, ja irgendwie kann man sich schon ein Bild auch von mir machen, wenn man mich nicht kennt. Aber die Identität ist noch immer nicht ganz klar. Wenn Sie das vergleichen, normalerweise Ihren Vermieter oder die Vermieterin, die Hausärztin und die Bankberaterin oder den Bankberater kennen Sie. Wenn Sie ehrlich sind im Netz, wissen Sie immer, wer der Mail-Adressat und Absender Ihres gegenüber ist oder wissen Sie, welche Person hinter einem Tweet-Account steckt oder Facebook-Profile, wenn Sie hernehmen, ob das wirklich die Personen sind, die man glaubt, dass sie sind. Das heißt, wenn Sie Identitäten nehmen, dann brauchen wir eine gewisse Eindeutigkeit. Und diese Eindeutigkeit ist im privaten Bereich für natürliche Personen sehr wichtig, aber auch für Unternehmen. Und da möchte ich die Klammer schließen. In Wirklichkeit haben wir mit dem Konzept der Stammzahlen, die wir vergeben und der Bürgerkarte mit den bereichsspezifischen Kennungen und der digitalen Signatur seit Jahren in Österreich ein ganz tolles Werkzeug in der Hand, schön langsam greift das, ist nicht mehr ein Architeenthema. Und das ist aber das, was auch im normalen Leben benötigt wird, weil Sie brauchen eindeutige Identitäten und Sie brauchen eine Authentizität Ihres gegenüber eingebrachten Antrages, Vertrages, Dokumentes, Mails, was auch immer. Und mit dem Konzept im Internet haben wir eigentlich ein Identitätsdokument, den Ausweis im Internet, wenn Sie so wollen, aber auch eine Unterschrift, um Verträge abschließen zu können. Wir machen das in der Verwaltung großteils, wenn wir Kooperationsverträge abschließen, andere Verträge, privatrechtliche, mit digitaler Signatur und das funktioniert wirklich perfekt. Selbiges brauchen Sie als Unternehmer. Da ist die Stammzahl eine transparente, die Sie lesen können. Bei der natürlichen Person ist ja das eine verschlüsselte. Da haben Sie die Firmenbuchnummer, die Vereinsnummer oder die Ordnungszahl, das ist diese Global Location Number aus dem ESB. Das klingt so schrecklich, das ist typisch EDV, weil es ein Ergänzungsregister sonstiger Betroffener heißt. Ich habe Ihnen die Webseite angegeben, das ist ein öffentliches Register, da können Sie diese 900.000 circa Organisationen abfragen, können Ihre eigene abfragen und Sie bekommen dann einen PDF-amtsignierten Auszug, wo die ganzen Vertretungen auch aufscheinen. Das heißt, die Vertretungsbefugten haben Sie dort drinnen, wenn Sie zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften nach dem bürgerlichen Recht haben, dann sind die dort eingetragen und da sind alle Vertretungsbefugten natürlich natürlichen Personen, können aber auch juristische Personen sein, angeführt und Sie haben hier den Nachweis der elektronischen Identität dieser Organisationseinheit. Das ist aber noch nicht alles, weil gerade bei juristischen Personen brauchen Sie Vollmachten und Vertretungen und auch da haben wir seit dem vergangenen Jahr eine Lösung. Die Grundlage der Vollmachten und Vertretungen im Netz ist ein Vollmachtsregister. Das heißt, ursprünglich hatten wir das auf der Karte, mit der Handysignatur war das nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben ein Online-Vollmachtsregister, wo Sie diese Vollmachten eintragen können und das ganz einfach auf der Seite der Datenschutzkommission, die ja auch die Stammzahlenregisterbehörde ist. Das heißt, www.tsk.gvart, ich habe es leider versäumt, den Link hier anzuführen. Und da können Sie von Person zu Person, aber auch juristische Vertretungen, also Vertretungen, Vollmachten im Bereich der juristischen Personen eintragen, beziehungsweise hinterlegen. Zum Beispiel, was wäre das, so was eine Postvollmacht. Um Ihre elektronische Post abholen zu können beim Zustildienst, brauchen Sie eine Vollmacht, eine Vertretung für eine Organisation und das wird hier hinterlegt. Wenn Sie Bürgerkarte haben, können Sie das sehr, sehr einfach online machen. Wenn Sie zum Beispiel von Person zu Person eine Vertretungsbefugnis erteilen, dann geht das ganz einfach mit der Bürgerkarte. Da schaltet sich die Behörde nicht mehr dazwischen. Wenn Sie sich eintragen lassen als Geschäftsführer oder als Einzelvertretungsbefugter, müssen Sie natürlich die Nachweise liefern, aber es ist auch ein elektronisches Formular, das abläuft. Wir haben sozusagen als Merkmale, ist das System für natürliche Personen, für juristische und für berufsmäßige Parteienvertreter. In der Verwaltung haben wir noch so was wie Organwalter. Bei Elga wird das sehr schlagend werden, weil durch die Opt-out-Geschichte brauchen Sie jemanden, der Ihnen entweder mit der Bürgerkarte das Opt-out einträgt, nämlich Sie selbst, oder in Vertretung für jemanden anderen. Oder Sie gehen zu einer Behörde, zu einem sogenannten Organwalter, der für Sie das durchführt. Die Bürgerkarte ist in dem Fall in allen Fällen zwingend. Ich habe Ihnen hier noch die Architektur aufgelistet. Das heißt, ein wesentliches Element dieser Vollmachtsdatenbank sind die konstitutiven Register im Unternehmensbereich, aber auch das USB, mit dem man das abwickelt. Ich habe Ihnen hier dann nur noch kurz erläutert zum Nachblättern, was ist im Unternehmensregister enthalten. Und Sie haben hier die Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung. Sie sehen die Vereinsregister-Eintragung, die Stammzahl ganz rechts. Und dann sind hier die ganzen Daten, in dem Fall der Vorstand ADV, aufgelistet, mit BBK ausgestattet. Sie haben die Rechtsform, Firmensitz und so weiter in diesem Register, wo wir immerhin weit über 1,2 Millionen Eintragungen heute schon haben. Spezieller Fall sind die berufsmäßigen Parteienvertreter. Da sind wir dabei, mit dem OSB noch eine Mandantenverwaltung aufzusetzen. Aber die berufsmäßigen Parteienvertreter haben ja auf ihrer Bürgerkarte eine Eintragung im Zertifikat und können damit einschreiten zu jeder Zeit, auch elektronisch, und brauchen daher keine weiteren Angaben. Das heißt, wir haben viele, viele Themen und ich glaube, eine digitale Welt braucht elektronische Services in der Verwaltung. Wir haben noch viel zu tun, aber ich glaube, ich habe Ihnen trotzdem ein bisschen einen Überblick gegeben, was alles schon passiert ist, was schon nutzbar ist und wo Sie schon auch mit Ihren Services aufsetzen können. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere daraus schöpfen würde und das eine oder andere elektronische Service der Verwaltung dann nutzen würde. Dankeschön. Musik 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 Ghost Untertitelung des ZDF, 2020